Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. April. Nach Horvath-Entlassung, wer die HSG Wetzlar nun retten soll. Erziehrmangel in Kitas, wie Hessen mehr Personal gewinnen will. Der Siedler von Katan-Erfinder Klaus Täuber ist tot. Der Flughafenhahn ist verkauft. Finnland ist der NATO beigetreten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Beim Handball-Bundesligisten überstürzen sich am 25. Jahrestag des Aufstiegs die Ereignisse. Der als Retter verpflichtete Trainer muss gehen. Ein alter Bekannter könnte folgen. Als am Dienstag um 14.00 Uhr 2.00 Uhr die Pressemitteilung der HSG Wetzlar in die weite Handball-Welt gemählt wird, ist es auch offiziell, Herr Woje Horvath ist ab sofort nicht mehr Trainer des abstiegsgefährdeten Handball-Bundesligisten. Auf den Tag genau 25 Jahre nach jenem 29 zu 22, Triumph in Aue und dem damit verbundenen Gang in die Erstklassigkeit haben die Verantwortlichen der Mittelhessen die Reißleine gezogen und den Kroaten vorzeitig vor die Tür gesetzt. Ein nachvollziehbarer Schritt angesichts der miesen Bilanz des 45-Jährigen seit dessen Amtsantritt Anfang Dezember 2022. Dem ausgewiesenen Fachmann wird Vertrauensbruch vorgeworfen. Er, Horvath, habe sich nicht an die Absprachen mit der sportlichen Leitung, mit dem Aufsichtsrat und mit der Geschäftsführung gehalten. Wird der Russe Wilimir Petkovic der nächste Nationalcoach als Trainer bei den Grün-Weißen? Petkovic wäre bereit, trotz aller Begleitumstände und seinem für Außenstehende diskutablen Engagement in einem Land, das seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg führt. CDU und Grüne wollen in Hessen über den Quereinstieg dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegenwirken. Künftig könnten dann auch Sozialassistenten oder Logopäden in Kitas mitarbeiten. Denn der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten ist allgegenwärtig. Kitas, die schon mittags schließen müssen und ellenlange Wartelisten für Betreuungsplätze sind die spürbaren Folgen für Familien. Eine Gesetzesänderung der beiden Landtagsfraktionen soll die Mangellage entschärfen. Vor allem sollen die Einstiegshürden für das Betreuungspersonal in Kitas gesenkt werden, zum einen für Menschen, die ausländische Abschlüsse mitbringen, zum anderen sollen Menschen, die keine entsprechende Qualifikation, aber Praxiserfahrung haben, auch als Fachkräfte zugelassen werden. Es sollen demnach künftig auch andere Berufe in Kitas den Fachkräften zugerechnet werden, beispielsweise Logopäden, Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger oder Menschen, die zwar studiert haben, beispielsweise Erziehungswissenschaften, aber keinen Abschluss gemacht haben. Solche anders qualifizierten Kräfte, wie es bei CDU und Grünen heißt, verbessern dann den sogenannten Fachkraft-Kindschlüssel in Betreuungseinrichtungen. Sie könnten dann zu maximal 25 Prozent auf den Mindestpersonalbedarf angerechnet werden. Die Firma Trivo Austria hat den Zuschlag im Verkaufspoker um den rheinland-pfälzischen Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück bekommen. Das teilte der Hahn-Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner am Dienstag mit. Die Trivo habe den höchsten Kaufpreis geboten. Die Summe, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wurde, sei bereits auf ein Treuhandkonto überwiesen worden. Am Hahn ist auch das Land Hessen mit 17,5 Prozent der Anteile beteiligt. Alle rund 400 Beschäftigten am einzigen größeren Verkehrsflughafen in Rheinland-Pfalz werden vom Investor übernommen, wie Plattner weiter mitteilte. Die Abstimmungen für die Trivo in den vier Gläubigerversammlungen und im Gläubigerausschuss der Hauptgesellschaft seien jeweils einstimmig gewesen. Trivo-Chef Adrian sagte, Wir schätzen die Zukunftschancen des Flughafens Frankfurt-Hahn als gut ein. Daher wolle das Unternehmen gezielt in die Flughafeninfrastruktur investieren, weiteres Wachstum im Passagier- und Frachtverkehr erreichen und eine nachhaltige Immobilienentwicklung umsetzen. Der Flugbetrieb werde fortgeführt. Adrian ist sowohl Präsident der Industrie- und Handelskammer Trier als auch des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Der Siedler von Katan-Erfinder Klaus Teuber ist tot. Er starb am 1. April im Alter von 70 Jahren in Folge einer kurzen, aber schweren Krankheit. Das teilten die Katan GmbH und der Kosmos Verlag am Dienstag mit. Teuber entwickelte 1995 den Spiele-Klassiker Siedler von Katan. Bis zuletzt habe er am dritten Buch seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, wie der Kosmos Verlag schrieb. 2002 gründete Teuber zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen die Katan GmbH, mit der er seine entwickelten Spiele vermarktete. Teubers preisgekrönte Spielen hätten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert, heißt es von Seiten des Kosmos Verlags. Mit Katan habe er ein einzigartiges Spiele-Universum erschaffen, das zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern geworden sei. Finnland tritt aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der NATO bei und wurde am 4. April offiziell als 31. Mitglied aufgenommen. Die Zeremonie fand im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt. Der NATO-Generalsekretär und der US-Außenminister bezeichneten den Tag als historisch. Finnlands Beitritt wird als eine der weitreichendsten geopolitischen Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine betrachtet. Die NATO-Außengrenze Richtung Russland wächst nun auf mehr als das Doppelte an. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Der Kreml kritisierte den NATO-Beitritt seines Nachbarn als Bedrohung für seine eigene Sicherheit. Die Erweiterung der NATO ist ein Angriff auf unsere Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland sei entsprechend zu Gegenmaßnahmen gezwungen. Schweden plant ebenfalls, der NATO beizutreten, doch der Beitritt wird von der Türkei und Ungarn blockiert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de. Redaktion und Produktion der VAM. positive die die